Auch in diesem Video geht es wieder um TCP. Diesmal allerdings geht es um Flusskontrolle und die Verbindungsverwaltung. Es geht also zum einen darum, wie TCP es schafft, den Empfänger nicht zu überlasten und wie eine TCP-Verbindung auf- und wieder abgebaut wird. Fangen wir mit der Flusskontrolle an, also dem Mechanismus von TCP, der garantiert, dass der Empfänger nicht mit Paketen überflutet wird, die er nicht verarbeiten kann. Dieser ist nicht mit der Staukontrolle zu verwechseln, dem Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Internet nicht in langanhaltende Überlast getrieben wird. Staukontrolle ist um ein Vielfaches komplexer als Flusskontrolle und der Inhalt eines anderen Videos. Wir hatten in einem früheren Video schon gesehen, dass es im TCP-Header ein Feld namens Window gibt. Hier ist das sogenannte Receive Window gemeint und der Wert in diesem Feld gibt an, wie viele Bytes der Empfänger noch lokal speichern kann, bevor er Pakete verwerfen muss. Die Anzahl der Bytes beziehen sich dabei immer auf die Ecknummer im Paketkopf. Das heißt, so viele Bytes ab und inklusive dieser Ecknummer können noch empfangen werden. Der Sender darf nie mehr Daten unterwegs haben, als es das Empfangsfenster zulässt, da sonst Paketverlust beim Empfänger droht und der TCP-Sender diese Verluste wieder kompensieren muss. Man kann sich das Ganze als Puffer beim Empfänger vorstellen. Für jede TCP-Verbindung wird Speicher reserviert, um die Rate der ankommenden Pakete von der Verarbeitungsgeschwindigkeit durch die Anwendung zu entkoppeln. Das heißt, von Richtung Netzwerk kommen Pakete an und diese werden im gerade erwähnten Speicher abgelegt, bis die Anwendung diese Daten abholt. Im Grunde ist das Empfangsfenster, der bei Bestätigung eines Pakets aktuell im Speicher, für die Verbindung noch verbleibende Platz. Ein Unterschied zwischen UDP und TCP war die Notwendigkeit, bei TCP vor dem eigentlichen Austausch von Daten eine Verbindung herstellen zu müssen. Beim Verbindungsaufbau werden Informationen ausgetauscht, die vor dem Datenaustausch bekannt sein müssen, wie zum Beispiel die jeweilige Größe des Empfangsfensters und die initiale Sequenznummer, das heißt die Sequenznummer, mit der der jeweilige Verbindungspartner starten möchte. Wenn die Verbindung nicht mehr benötigt wird, dann baut TCP diese auch wieder geordnet ab, damit die für die TCP-Verbindung reservierten Ressourcen wieder freigegeben werden. Zum Signalisieren des Verbindungsauf- und Abbaus sowie des Verbindungsabbruchs dienen Flags. Das SIN-Flag wird für den Aufbau benutzt, das FIN-Flag für den geordneten Abbau und das RESET-Flag für den Verbindungsabbruch. Schauen wir uns zunächst den Verbindungsaufbau genauer an. Dieser besteht aus drei Paketen und wird daher auch als 3-Way-Handshake bezeichnet. Zunächst versucht eine Seite die Verbindung aufzubauen. Dies ist typischerweise der Client. Es wird ein TCP-Segment ohne Daten erzeugt, in dem das SIN-Flag im TCP-Header gesetzt ist. SIN steht dabei für Synchronize. Damit weiß der Server, dass der Client einen Verbindungsaufbau anfragt. In diesem Paket wird die initiale Sequenznummer des Clients mitgeteilt und auch das Receive-Window wird dem Server angezeigt, damit dieser eventuell den Client nicht gleich mit Paketen überlastet. Da nur das SIN-Flag gesetzt ist, nennt man dieses Paket auch das SIN-Segment oder einfach nur SIN. Der Server antwortet ebenfalls mit einem TCP-Segment, in dem das SIN-Flag gesetzt ist. In diesem Segment wird der Erhalt des initialen SIN-Segments bestätigt, weshalb auch das EGG-Flag gesetzt ist. Deshalb spricht man hier vom SIN-EGG-Segment oder auch nur vom SIN-EGG. Der Server teilt auch hier dem Client die initiale Sequenznummer und die Größe des Empfangsfensters mit. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Server die Verbindung ablehnt oder dass kein Prozess auf dem adressierten Port verfügbar ist. In diesen Fällen wird ein Segment geschickt, in dem das Reset-Flag gesetzt ist. Interessant ist hier, dass die EGG-Nummer um 1 erhöht wird, obwohl das SIN-Segment keine Daten enthält. Das heißt, das SIN selbst belegt eine Sequenznummer. Im Beispiel rechts wird die Sequenznummer 320 im SIN verschickt, die ja im Normalfall die Sequenznummer des ersten Datenbytes wären. Das heißt, es müsste auch kein Eck verschickt werden, denn es sind ja keine Daten angekommen. Führte das AGG-Flag in der Antwort aber nicht gesetzt, dann könnte der Client die Antwort auf seinen SIN nicht von einer eigenen Verbindungsanfrage des Servers unterscheiden. Hätte das SIN eine Sequenznummer, dann kann dieses Paket aber auch eindeutig bei Verlust neu übertragen werden und es kann geackt werden. Daher bekommt das initiale SIN eine Sequenznummer spendiert. Damit muss das AGG-Flag gesetzt werden und die nächste, nun erwartete Sequenznummer vom Server ist die initiale Sequenznummer plus 1. Das heißt, hier im Beispiel 321. Damit der Empfang des SIN-Eggs auch quittiert wird, verbraucht das SIN-Egg ebenfalls eine Sequenznummer. Gesendet wurde die Sequenznummer 70. Damit steht die EGG-Nummer 71 in der Antwort auf das SIN-Egg. Die eigene Sequenznummer bleibt dabei 321. In diesem dritten Segment dürfen auch schon Daten enthalten sein. Sollte das nicht der Fall sein und erst das vierte, nicht mehr am 3-Way-Handshake beteiligte Segment enthält Daten, dann ist auch in diesem vierten Segment von A an B die Sequenznummer 321. Wenn die TCP-Verbindung nicht mehr benötigt wird, dann sollte der Verbindungsabbau eingeleitet werden. Jeder der beiden Endpunkte kann dies tun. Hier rechts im Beispiel ist es der Client, der den Verbindungsabbau einleitet. Auch hier übernimmt ein Flag die Signalisierung des Verbindungsabbauwunsches, und zwar das FIN-Flag. Dieses zeigt dem anderen Verbindungsteilnehmer, dass es keine neuen Daten vom Gegenüber bekommen wird. Der Erhalt des FIN-Flags muss mit einem EGG bestätigt werden. Analog zum Verbindungsaufbau verhält sich auch hier das Erhöhen der EGG-Nummern. Das heißt, jedes FIN belegt eine Sequenznummer, wie im Beispiel ersichtlich ist. Wenn der andere Verbindungsteilnehmer auch keine Daten mehr senden möchte, dann schickt auch dieser ein FIN. Wenn nach Erhalt des ersten FINs schon klar ist, dass keine weiteren Daten mehr geschickt werden, dann kann das EGG auf das FIN und das eigene FIN auch in einem Segment verschickt werden, das sogenannte FIN-EGG. Zu guter Letzt muss auch das zweite FIN bestätigt werden, und damit ist der Verbindungsabbau beendet. Zu beachten gilt noch, dass der Teilnehmer, der den Verbindungsabbau eingeleitet hat, in einem Zustand verweilt, der Time-Wait genannt wird. Während dieser Zeit kann das 4-Tupel, bestehend aus den beiden IP-Adressen und Portnummern, das die TCP-Verbindung identifiziert, lokal nicht mehr verwendet werden. Das hat ein paar wichtige Gründe, denn es kann zum Beispiel sein, dass noch ein paar verirrte Pakete, die zu dieser Verbindung gehören, im Internet unterwegs sind. Das ist nicht wahrscheinlich, aber möglich. Sollte das 4-Tupel wiederverwendet werden, und diese verirrten Pakete kommen nach dem erneuten Verbindungsaufbau an, dann könnte es sein, dass bei passenden Sequenznummern diese Pakete an die Anwendung als neue Daten weitergereicht werden. Um solche Situationen zu verhindern, wird das 4-Tupel in Time-Wait-Zustand eine Zeit lang gesperrt. Laut Standard ist dies zweimal die sogenannte Maximum Segment Lifetime, die im gleichen Standard als zwei Minuten definiert ist. Das heißt, Time-Wait dauert insgesamt vier Minuten. Es gibt aber weit mehr Zustände in TCP als den Time-Wait-Zustand. Schauen wir uns zunächst an, welche Zustände der Client annehmen kann. Gehen wir dabei zunächst den typischen Pfad durch das Zustandsübergangsdiagramm, der hier rot abgebildet ist. Der blau dargestellte Zustand Closed ist unser Ausgangspunkt. Dieser Zustand ist rein virtuell, denn eine geschlossene Verbindung ist nicht existent. Sobald das SIN gesendet wurde, befindet sich der Client im SIN-Send-Zustand, in dem auf den Erhalt des SIN-X gewartet wird. Sobald dies passiert ist, sendet der Client das finale Eck des Three-Way-Handshakes und die Verbindung gilt als aufgebaut und kann für den Datentransfer genutzt werden. Wenn der Client nun die Verbindung schließt, dann sendet er das SIN und wartet im SIN-Wait-1-Zustand auf den Erhalt des dazugehörigen Ecks. Wenn es ankommt, dann befindet sich der Client im SIN-Wait-Zustand 2. Erhält er auch das SIN vom Server, schickt er ein Eck darauf und landet im gerade angesprochenen SIN-Wait-Zustand, der nach einer gewissen Wartezeit verlassen wird, womit die Verbindung wieder geschlossen ist. In diesem Diagramm werden noch verschiedene andere Fälle behandelt. So sieht man zum Beispiel, dass wenn im SIN-Send-Zustand selbst ein SIN erhalten wurde, also Server und Client fast zeitgleich eine Verbindung aufbauen wollen, dann reagiert der Client mit einem Eck darauf und landet im SIN-Receive-Zustand. Diese Spezialfälle werden aber hier nicht weiter behandelt. Viel interessanter ist der typische Verlauf eines Servers durch das Diagramm. Ein Server wartet auf Verbindungsanfragen im sogenannten Listen-Zustand. Sobald ein SIN erhalten wurde, wird das SIN-Eck verschickt und der Server befindet sich im SIN-Receive-Zustand, in dem man noch auf das finale Eck des Three-Way-Handshakes wartet. Danach befindet sich auch er im Established-Zustand, in dem Client und Server Daten austauschen. Wir hatten schon zuvor den Client die Verbindung enden lassen. Hier nehmen wir nun an, dass das FIN vom Client ankommt, welches vom Server bestätigt wird. Damit landet der Server im Close-Way-Zustand. Sobald dieser keine Daten mehr zu senden hat, schickt auch der Server ein FIN und befindet sich damit im Last-Eck-Zustand. Sobald das Eck auf seinen FIN ankommt, ist aus seiner Sicht die Verbindung geschlossen. Man kann hier sehr schön sehen, dass der Verbindungsteilnehmer, der zuerst seinen FIN sendet, in Time-Wait landet, während der andere die Verbindung gleich schließen kann. Zusammenfassend, TCP implementiert Flusskontrolle, das heißt, einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass der Empfänger nicht überlastet wird. Dabei teilen die TCP-Endpunkte im TCP-Header jeweils mit, wie viel Speicher lokal aktuell vorhanden ist. Ein Sender darf nie mehr Daten unterwegs haben, als der Empfänger lokal speichern kann. TCP ist darüber hinaus verbindungsorientiert. Der Aufbau der Verbindung dient der Synchronisation, das heißt, wichtige Verbindungsparameter werden ausgetauscht, die vor dem eigentlichen Datenversand bekannt sein müssen, wie die Größe des Receive-Windows und die initiale Sequenznummer. Der Verbindungsaufbau besteht aus drei Paketen und wird daher 3-Way-Handshake genannt. Das dritte dieser Pakete darf schon Daten enthalten. Obwohl die Syn-Pakete keine Daten enthalten, verbrauchen diese jeweils eine Sequenznummer. Der Verbindungsabbau besteht aus vier, alternativ drei Paketen. Der Verbindungsteilnehmer, der das erste FIN sendet, was auch als Active-Close bezeichnet wird, landet im Time-Wait-Zustand. Dieser Wartezustand dauert zweimal die sogenannte Maximum Segment Lifetime, kurz MSL. Der Standard gibt eine recht hohe Zeit dafür vor, aber die im Internet wirklich genutzte Wartezeit variiert von Implementierung zu Implementierung.